Du bist alleine hier? Ja, der Schmied ist. Nach schwarzem Berg gefahren. Geil! Saugeil. Wie hat's getan? Hast du es runtergeschmissen? Ja. Bingo! Die haben da heute ein Gig an, die geht. Jetzt freut sie auch. Bisschen süß. Wie ihr euch an der Spinne erfreuen könnt, ey. Zu geil. Wir waren ja gestern in Kassel bei Nazi-Fox. Hassan und Magai. Schöne Oldschool. Endlich mal vernünftige Musik. Endlich mal vernünftige Musik. Ja! Haben wir es aber auch gleich abgeklärt, dass die im YouTube sind. Also, wenn sich die mit Akustik-Leute dann mal zusammenreißen und jemand einladen. Aber eigentlich wollen sie es.